Mönchengladbach ist ja die Hockeyhauptstadt und wir haben in Mönchengladbach auch ein Special-Hockey-Team. Und was die genau machen, gucken wir uns heute beim Training. Wir sind die Hockeygruppe für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung und sind beim Reiterspielverein beheimatet. Wir trainieren hier montags immer von 17 bis 19 Uhr und wenn das Wetter schöner ist, sind wir draußen auf dem Hockeyplatz vom Reiterspielverein. Mit dieser Mannschaft zu trainieren, da gibt es eigentlich nichts Schöneres. Es macht unglaublich viel Spaß. Sie geben einfach ganz viel zurück. Jedes Training ist eine Herausforderung und das ist eigentlich immer wieder das Schöne. Heute durfte ich beim Special-Hockey-Team selber mitspielen. Dabei habe ich gemerkt, wie anstrengend Hockey ist. Es geht ziemlich schnell von links nach rechts und das ist eine tolle Mannschaft und ein tolles Team hier und auch im Sommer findet für die Special-Hockey noch eine Meisterschaft in unserer Stadt statt. Mönchengladbach ist der Gastgeber für die Europameisterschaft und solche großen internationalen Turniere, die kennen die Spieler vom Special-Hockey-Team, denn einige sind sogar im Team Germany, haben also schon bei internationalen Turnieren mitgespielt und waren da auch schon teilweise erfolgreich. Wir bereiten uns hier vor. Wir haben zwei Spieler, die im Kader der Europameisterschaft stehen und wir haben fünf Spieler dabei, die im Juni diesen Jahres bei den Weltspielen der Geistbehinderten in Berlin mit dabei sind. Die Herausforderung liegt eigentlich darin, die Unterschiedlichkeit der verschiedenen Personen, die bei uns mitspielen, in ein Training zu packen und für jeden die Aufgaben und Trainingsmöglichkeiten zu erstellen, sodass jeder gefordert ist, aber auch jeder mitmachen kann. Ich finde es klasse, dass sich Menschen engagieren, hier zusammen in der Sporthalle sind, trainieren, mit auf große Turniere fahren. Wer das unterstützen möchte, damit die Trikots vernünftig sind, damit auch solche Reisen finanziert werden, die können sich gerne an das Special-Hockey-Team wenden und auch damit unterstützen. Hockey ist bewegen, Hockey ist Faszination, Hockey ist schnell, Hockey macht einfach Spaß.